Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Und wir sind noch auf der Suche nach Demigeismonden und Geld. Vor allem Geld. Wobei, vor allem würde ich jetzt nicht sagen. Was gibt's hier? Dunkler Sonnenhut. Okay. Ah, was bin ich jetzt bei der Post? Magische Post. Die Rohre im Postamt sortieren auf magische Weise die Post. Das Postamt selbst beherbergt über 200 Eulen, deren Farbe anzeigt, wie schnell ein bestimmter Brief oder ein Paket zugestellt werden muss. Sehr gut. Genau wie in den Büchern. So. Jetzt. Ähm. Ich geh einfach mal in die ganzen Häuser rein, in die ich reingehen kann. Das ist nix hier. Gibt's hier drin noch was? Das, das steht ja, die drei Besen, genau. Das sieht nicht so gut aus. Gehen wir mal hoch. Ah, wobei hier. Ah, Schloss auf Stufe 1. Sehr gut. Da gehen wir direkt rein. Zack. Zack. Ups. So, jetzt. Dann gucken wir mal. Gibt's hier einen Demi-Guys-Mond vielleicht? Ah, perfekt. Da gibt's noch eine Truhe. Was noch? Hier gibt's noch... Ach. Froschkorrständen, oder was? Reveilion. So. Und jetzt. Privatzimmer in den drei Besen. Das Privatzimmer im Wirtshaus drei Besen ist ein vom Hauptraum des Lokals abgetrennter Bereich. Hogwarts-Professoren wissen es zu schätzen, einen eigenen Raum zu haben, in dem sie sich versammeln können, ohne auf Schüler zu treffen. Es ist nicht überraschend, dass auch die Schüler es zu schätzen wissen, dass die Lehrer ihren eigenen Raum haben. Aha. Ach, jetzt bin ich quasi im Privatraum, der für die Lehrer normal ist. Okay. Erstmal ausgeraubt. Aber wenn die hier auch einen Demi-Guys-Mond versteckt haben, dann muss ich da rein. So. Jetzt muss ich doch nochmal gucken, wie viele von den Monden ich wirklich gerade hab. Inventar. Sieben. Ach, sieben schon? Das heißt, ich brauche nur noch zwei Stück. Und dann kriege ich die Stufe 2 von Alohomora. Und dann kann ich in die ganzen Räume hier rein. Dann kann ich direkt... Wenn ich diese Stufe 2 hab, dann kann ich gleich nochmal herkommen und kann hier die ganzen Räume ausrauben. Reveilion. Ach was, hier gibt's was. Fässer mit Butterbier. In diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Ja, das steht auch in den Büchern. Ob dieser Fakt jetzt hier stehen müsste, weiß ich nicht. Kommt mir ein bisschen auf Krampf vor. Aber auf der anderen Seite, warum nicht? Warum denn nicht? Bingel und Blätsch. Was gibt's hier? Machen wir auch eine kleine Hogsmeade-Tour, ne? Gucken wir mal alles an. Einen Tee gibt's hier. Kann ich hier was kaufen? Aber hier gibt's so ein Ding. Ähm, da gibt's Geld auf dem Boden. Her damit. Fünf Münzen. Na gut. Besser als nix. Aber viel ist das nicht. Jetzt gucken wir mal. Weil hier gibt's doch sowas. Okay. Eine kleine Mauer. Das muss ja hier in der Nähe sein. Guck mal, da ist sie. Das war einfach. Was ist da hinten? War das eine Seite? Irgendwas fliegt da hinten rum, glaub ich. Ah, da ist eine Truhe mit Auge. Richtig gut. Okay, das ging jetzt schnell. Warte, wo müssen wir hin? Hier. Die Truhe holen wir uns gleich. Dann haben wir uns die Truhe mit Auge. Dann haben wir das auch. Und jetzt holen wir uns die Truhe. Dazu müssen wir unsichtbar sein. Da steht sie. 500 Münzen. Nice. Wie viel habe ich denn jetzt? 4.500. Wir brauchen 7.500. Gut. Aber so langsam, so langsam kriegen wir ein paar mehr. Flutes and Loots. Flöten und Lauten. Ach, hier gibt's Instrumente oder was? Cool. Ein Klavier. Nice, nice. Sehr schön. Was gibt's? Könne ich da noch durch? Ach, da geht's raus. Okay. Ja. Gibt's hier vielleicht irgendwas zum Abstauben? Da hinten sehe ich eine Truhe. Hier ist eine Truhe. Oha, nicht identifiziter Gegenstand. Nicht schlecht. Jetzt habe ich allerdings da hinten noch eine Truhe gesehen. Aber ist die draußen? Die scheint draußen zu sein. Und es scheint so eine große Truhe mit einem Auge zu sein. Vielleicht. Kann ich hier runter? Ah. Gehen wir mal hin, das Haus. Ob die da rumsteht? Ah, toll. Hier geht's nicht durch. So. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Okay, es ist keine mit Auge, aber... Nicht identifizierter Gegenstand. Rücken. Auch nicht schlecht. Okay. Ja gut, gehen wir mal weiter. Aber cool. Also ich finde es cool, dass die auch die anderen Läden innen noch modelliert haben und so. Dass man da reingehen kann, sich das angucken kann und dass die noch einen Zweck haben, auch wenn man da nichts kaufen kann. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Warte, hier ist die Post. Die war ich schon. Ähm, in welchem Bereich war ich denn noch nicht so? Ich war hier schon. Hier oben. Achio. So. War ich hier drin schon? Was ist das? Madame's... Madame's... Was? Snellings? Snellings? Tress Emporium? Was? Ach, Lockenporium. Ach, das ist der Friseur, okay. Ich will genauso aussehen, wie ich jetzt aussehe. Ich will einfach nur gerne diese Truhe da mitnehmen, bitte. Danke. Warte, kann ich bei der auch meinen Mist verkaufen? Und vor allem kann ich... Hallo. Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich es gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen sie sich an. Sehen sie sich an. Ich verstehe, warum sie zu mir gekommen sind. Äh, hallo? Auf der Suche nach Veränderung? Guck du lieber dich mal an. Wieso nicht? Welche Art Veränderung? Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes, Tarn. Aber Gifte werden sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen sie eine Weile, wie sie aussehen wollen. Ändern sie auch ihre Frisur, wenn sie möchten. Welche Dienste bieten sie an? Was würde sie denn interessieren? Ach, ich kann meinen Charakter komplett verändern noch. Nö, das machen wir nicht. Sie dürfen jederzeit wiederkommen. Ich wollte jetzt mein Mischtier verkaufen, aber das geht hier wohl nicht. Gut, dann gehen wir halt zu jemand anders. Was ist das hier? Da müssen wir auch noch reingucken. Okay, Schloss auf Stufe 3. Hm. Schade. Ah, ach was. So. Nochmal 500 Münzen. Wie viel habe ich denn jetzt? Jetzt muss ich doch nochmal reingucken. 5.000. Also fehlen nur noch 2.500. Ja, das ist... Du gehörst mir, Demi-Guys. Wo? Ach, hier drin. Da komme ich noch nicht rein, ne? Oh, das nervt mich so. Das hat er auch schon so oft gesagt. Du gehörst mir, Demi-Guys. Ist das da der Demi-Guys? Sieht man den doch? Naja. Gehen wir halt nochmal so einen Pippin. Ach, zu dem wollte ich eh noch gehen. Hallo. Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Kein Problem. Ich habe mich darum gekümmert. Das höre ich gern. Und vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Die Lieferung der Tränke war schwieriger als gedacht. Ich hätte gern eine Extra-Belohnung. Tja, so ist das wohl, wenn man Geschäfte machen will. Na gut. Dann erhöhe ich Ihren Lohn. Aber begeistert bin ich nicht. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippin. Auf bald. Wie viel kriege ich jetzt? 500? Oha! Also, boah, der tut mir jetzt voll leid. Weil begeistert ist schon nett, hat er gesagt. Und eigentlich denke ich mir auch, ja, das war unnötig. Aber, ey, ich brauche Geld. Ich muss mir mein, ähm, mein Dings, äh, meine Besenverbesserung kaufen. So. So. Jetzt gucken wir mal. Ich kann doch noch hochgehen zur, zur magischen Rübe oder wie das Ding heißt. Was ist denn das? Ach, gucke mal. Kann ich da rein? Oh. Ich muss wirklich... Diese... Boah. Was für ein Glück. Hier steht sogar draußen so eine. Hallo. Okay, hat er mich jetzt doch noch gesehen? Ha! Ja, nice. Hier, guck mal. Schon 6000 Münzen. Jetzt brauche ich nur noch 1500. Und ich habe mein Zeug noch gekauft, ne? Ah, das hätte ich jetzt gerade beim Pippin machen können. Hätte ich mir noch mehr Geld aus der Tasche ziehen können. Aber ich kann auch bei dem hier... Willkommen, immer herein. Hm, wo war ich gerade? Ach ja. Jawoll. Gib mir mal ein bisschen Geld. Ich will meinen ganzen Mist verkaufen. So. Ist eh alles schlechter als das, was ich hab. Ähm. Ist die Frage, will ich das verkaufen? Da kriege ich echt viel dafür. Und ich weiß nicht, ob ich genauso viel dafür kriege, wenn ich... Warte. Komm. Ich verkauf's mal. Oha. Schon 7000. Wenn ich jetzt noch eine Truhe... Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Wenn ich noch eine Truhe mit im Auge finde... Dann kann ich mir die Besenverbesserung holen. Hallo, ich bin gleich für Sie da. Nö, du, ich bin schon wieder weg. Ich will dich eigentlich nur ausrauben. Aber es gibt nichts auszurauben. Hm, dann geh ich halt wieder. Oder was gibt's hier? Doch, es gibt was. Sechs Münzen. Den nehm ich mit. Timothy. Oder wie er heißt. Okay. Ja, aber voll gut. Ey, dann haben wir ja fast die... Frito von Hogsmeade. Kann ich hier was klauen? Da drin ist ne Truhe. Oh, ne. Oha. Das ist die letzte Truhe, die ich brauche. Jetzt habe ich genug Geld, um mir die Besenverbesserung zu kaufen. Ja, nice. Alter, direkt wird hingegangen. Guten Abend. Ja, voll gut. Her damit. Die Demigeissmonde, die würde ich trotzdem gerne eigentlich noch suchen. Aber ich weiß nicht. Ich habe jetzt keinen mehr gefunden. Ich brauche noch zwei Stück. Kann ich hier reingehen? Nee. Ähm. So, dann gehen wir einmal geschwind zu Albi Weeks. Hallo. Her damit. Danke für die Besenverbesserung, auch wenn sie echt teuer war. Hm, ja, sehen wir mal. Okay. Wir sind jetzt... Mal gucken. Was haben wir noch? Professor Garlicks Aufgabe. Oh, die müsste schon lange fertig sein. Unser Flussgras. Das heißt, wir können dann auch die Aufgabe abschließen. Und dann könnten wir doch eigentlich das hier machen. Die Hauptaufgabe. Mal wieder zur Abwechslung. Das heißt, ich kann auch gerade mal... Ähm, ich aktiviere mal den Auftrag. Professor Garlicks Aufgabe. So. Pflanzen- und Ernteflussgras. Jetzt probieren wir die neue Besenverbesserung aus. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich stehe jetzt schneller. Ich bin ehrlich... Keine Ahnung. Ist das schneller? Ich kann es nicht einschätzen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Boah. Müsste man mal vergleichen, wie es am Anfang war. Welches ist jetzt der Astronomie-Turm? Müsste das nicht der da sein? Weil das ist ja der größte Turm. Aber ich glaube, das hier ist der... Ne, das hier ist der Astronomie-Turm. Laut den Büchern ist der Astronomie-Turm aber der höchste. Aber der da drüben ist noch höher. Naja. Ist ja auch egal. Kann ich da drauf landen? Müsste eigentlich, oder? Kein Zugriff. Ne, kann ich nicht. Okay. Ich kann wirklich gar nicht da drauf landen. Das ist natürlich sehr schade. Da muss ich unten landen. Hier im Hof. Hopp. So. Dann gehen wir einmal nach oben. Immer noch Weihnachten. Ich hoffe, wenn ich die Hauptaufgaben weiter mache, dass ich dann mal... Dass sich das ändert und das Frühling wird. Will ich hier richtig? Ach, da gibt es eine Nebenaufgabe, ne? Egal. Ich glaube, ich bin richtig. So, und jetzt? Hier lang? Nö. Da gibt es eine Motte. Ich weiß nicht mehr, wo die hingehört. Ach, da runter wahrscheinlich. Na, dann komm mal mit. Dann machen wir das geschwind. Wie komme ich denn da jetzt runter am besten? Ich habe keine Ahnung. Wo waren das jetzt? Mensch, ach hier. So. Haben wir mal geschwind erledigt, ohne dass wir es vorher angeguckt haben. Herr mit der Hand zur Seite. So. Jetzt ist die Frage, muss ich nicht hier durch? Und dann hier die Treppe hoch. Und dann einfach noch weiter hoch. An dem Typ mit der fliegenden Kugel vorbei. Ja, genau. Ich bin vorhin einfach falsch gelaufen. Warum gehen wir jetzt da hoch? Ach, für das Flussgras. Und ich habe auch, ähm, ne, ich habe die Gegenstätten verkauft. Die nicht identifizierten, weil das Ding ist, wenn ich die identifiziere und da kommt, ich weiß nicht, ob da immer was Orangenes rauskommt. Ich meine, da ist vorhin was anderes rausgekommen, aber sicher bin ich mir nimmer. Und wenn ich was Orangenes verkaufe, dann kriege ich 200 Münzen. Wenn was Blaues oder so rauskommt, dann kriege ich weniger. Deswegen habe ich einfach mal die Dinger direkt verkauft. Ähm, ach so, ich habe ja da hinten auch noch voll viel Platz, ne? Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Da kann ich ja noch Sachen überall aufstellen. Cool, da fliegen die Bücher rum. Ach, da oben fliegt eine Plattform. Ach nee, ein Bücherregal fliegt da. Ah, ja. Ah, nicht schlecht. So, aber jetzt ernten wir erstmal unser Flussgras. Das müsste hier sein. Ich rette keine Strahle. Ach, das wächst jetzt nochmal, oder was? So, genau. Jetzt kehre zu Professor Garlick zurück. Machen wir. Ähm, habe ich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich drücke einfach mal drauf. Ne. Ne. Gut, dann gehen wir wieder. Ähm, wo geht's raus? Hier geht's raus. Genau. Dann gehen wir zu Professor Garlick. Dann kriegen wir auch einen neuen Zauber, ne? Und dann können wir mal zur Hauptaufgabe ergehen. So. Na, jetzt kann ich wieder nicht laufen. Professor Garlick, die ist jetzt wahrscheinlich ganz da unten in den, in den Gewächshäusern. Hopp. Ah, ich spring, ich spring immer die Treppen runter. Und dann legt sie ihn da unten richtig auf den Boden. Und die Uniform eines... So. Aus dem Weg. Oh. Hat jetzt sehr lang gedauert, bis ich die Aufgabe gemacht hatte. Aber naja. Wie viele Zaubersprüche gibt's denn eigentlich jetzt noch? Weil ich hab doch schon bald alle. Ja, nur noch, nur noch Flipendo. Und den krieg ich jetzt. Und das heißt, dann hab ich alle Zaubersprüche, außer den Unverzeihlichen. Und die könnte ich mir von, ähm, von Sebastian noch zeigen lassen. Dann hätte ich tatsächlich schon alles. Ich weiß nicht, heißt das, die Story ist auch bald zu Ende? Ich hab keine Ahnung, wie weit ich in der Story bin. Wäre aber schade. Ich dachte eigentlich, es gibt vier Hauptaufgaben. Es kann natürlich sein, dass man die Hauptaufgaben, ähm, normalerweise macht, bevor man irgendwie hier diese, diese leere Aufgaben macht und das Zeug. Weil ich hätte ja die Hauptaufgabe schon lange machen können, aber hab halt zuerst Nebenaufträge gemacht. Gerade in den letzten Folgen. Davor hab ich nie Nebenaufträge gemacht. Oh, du bist es. Genau dich brauche ich... Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mongo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung, wie genau wurde er verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Und was soll ich jetzt machen? Das tut mir so leid. Klingt nach einer ernsten Lage. Wie schön, dass du es verstehst. Alle anderen lachen nur, als wäre es ein Witz. Sie haben kein Wittgefühl. Ich würde nie lachen. Es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld. Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht. Sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pfff. Als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und... Puff! Hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Verdientermaßen, naja. Furchtbar. Deshalb bist du also so aufgebracht. Er braucht dringend Hilfe. Genau. Er mag ein Aufschneider sein, aber er ist immer noch mein Bruder. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wieder herstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du ein fähiger Zauberer bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? Ich... Kann ich mir schon überlegen. Warum wurde Marmaduques Grab verflucht? Der Fluch geht auf einem Bruder-Zwist zwischen Granom Dale und seinem jüngeren Bruder Marmaduke zurück. Marmaduke war ein gefeierter Kräuterkundler. Granomiss gönnte ihm seinen Erfolg. Geschwisterrivalität? Klingt, als würde es in der Familie liegen. Ich würde meinen Bruder nie absichtlich verfluchen, wie Granomiss getan hat. Als ihre Mutter starb, erhielt Marmaduke das wertvolle Familienwappen. Granomiss fand, dass es eigentlich ihm als Ältestem zugestanden hätte. Als Marmaduke Jahre später starb, stahl Granomiss und verfluchte das Grab, damit niemand aus der Dale-Familie seiner gedenken konnte. Boah. Ist es wirklich sicher? Meine Füße sollen sich nicht in Rüben verwandeln. Oh, der Fluch betrifft nur Marmaduques Nachfahren. Das hat mein Bruder doch wohl mehr als bewiesen. Hm, sicher? Da brauche ich deine Hilfe. Wir sind nicht verwandt. Der Fluch kann dir nichts anhaben. Okay. Warum ist dein Arne eigentlich so bekannt? Er hat die Eigenschaften verschiedener magischer Kräuter entdeckt. Und zahlreiche Pflanzenarten beschrieben. Die Welt der Zauberei verdankt ihm viel. Seine Arbeit hat nicht nur die Kräuterkunde, sondern auch die Trankbrauerei beeinflusst. Ich kann das Wappen zu Marmaduke Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Ich glaube schon, dass da... Danke für deine Hilfe. Meine Familie steht in deiner Schuld. Ja, noch habe ich nichts gemacht. So, warte, ich gehe zuerst zu Professor Garlick. Wo ist denn die jetzt? Eiert die hier rum? Ah, da ist sie ja. Nö. Ich habe ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlick. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch? Locker halten? Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie es. Versuchen wir es. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Okay. Schön aus dem Handgelenk. Meister der Zaubersprüche. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus tun. Aber bitte, achten Sie auf die Pflanzen. Die Steam-Errungenschaften werden hier gerade gar nicht ange... Zeigt. Herausforderungen angenommen. Ich glaube, ich habe jetzt alle Lehreraufgaben erledigt. Und alle Zaubersprüche erlernt. Außer halt den Unverzeihlichen. Sieht man ja auch hier jetzt. Ich habe alles. Außer den drei hier. Vielleicht lerne ich die auch noch aus Prinzip, damit ich alles habe. Ähm, ich will den gar nicht ausprobieren. Jetzt komm, ich brauche den eh nicht. Oder? Ich meine, ich kann ja hier kurz die Animationen angucken. Dann fliegen die halt so in die Luft. Hui. Zack. Hm. Nö, komm. Der weiche Zurückflug Flipendo ist ähnlich wie Akio, ein Kraftzauber, der violette Schildzauber brechen kann, indem er die Ziele auf den Kopf stellt. Ja. Jetzt sind wir bei 27. Weißt du was? Wir gehen noch zu der Hauptmission und dann nächste Folge starten wir die. Das heißt, ich gehe mal kurz auf die Aufträge. Und jetzt haben wir wirklich, also die Aufgaben haben wir alle erledigt. Wir haben noch haufenweise Nebenmissionen, die ich eigentlich auch noch machen will. Gucken wir mal. Vielleicht machen wir mal so zwei, drei Folgen, wo wir einfach nur eine nach der anderen die ganzen Nebenmissionen abklappern. Es gibt bestimmt, also es gibt ja auch noch einige, die ich noch nicht gestartet habe. Ähm, das verlorene Kind, das vergessene Ei. Stimmt, das wollte ich eigentlich machen, als ich in Hogsmeade war. Habe ich aber nicht. Naja, egal. Machen wir noch. Das machen wir auch noch. Und gut, das sind halt hier so, guck mal hier, Zauberkombination, Übung, zwei gekreuzte Zauberstäbe. Äh, hier teilweise Stufe 10 vorgeschlagen. Ähm, ja. Aber, jetzt wird es auch mal wieder Zeit, würde ich sagen. Es wird Zeit für eine Hauptmission. Und da gehen wir jetzt hin. Da muss ich wieder in dieses, äh, diesen Dings da, ne? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Dieser Raum da unten. Mit dem coolen Boden. Und dann, ich weiß aber nicht, wie viele Hauptaufgaben es gibt. Ob es jetzt, äh, drei oder vier. Weil ich mache jetzt die dritte. Aber es gibt ja vier, vier von den, äh, das sind ja frühere Lehrer, ne? Und da stellt sich mir die Frage, ob jeder eine Aufgabe hat. Weil, irgendwie habe ich jetzt ja schon, ich habe schon alle Zaubersprüche. Ähm, und. Das macht irgendwie den Anschein, als wäre es auch schon die Story bald zu Ende. Aber ich hoffe nicht, weil, das wäre ja schade. Aber die ganzen Nebenaufträge gibt es natürlich auch noch. Also das wird eine ganze Weile dauern. So. Gleich sind wir da. Da geht's runter. In die Gruft. Dann sehen wir auch Professor Fick hoffentlich wieder. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Die Kartenkammer. Genau, so heißt das Ding mit dem coolen Boden, mit der Karte. Willkommen zurück. Hallo, Professor Fitzgerald. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ach, stimmt. Ein weiteres Behältnis. Die Geschichte gibt's ja auch noch. Wir haben für Ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja. Ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts. Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment. Ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es so weit ist. Oh, ne. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Oha. Ja, guck mal. Ein Porträt gibt's noch. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fick weiterhelfen. Ein Porträt gibt's noch. Wir haben die drei. Das letzte fehlt noch. Und ich glaube, dann gibt's halt noch eine Hauptaufgabe. Entweder das ist dann noch eine Prüfung oder das ist dann so der Endbosskampf gegen Ranrock oder wie der heißt. Doch. Ranrock. Und den Dinger da. Äh, Rookwood. Ja, genau. Aber. Dann. Passt das jetzt genau mit der halben Stunde. Dann würde ich sagen, diese Mission. Die machen wir nächstes Mal. Und dann brechen wir einfach mal in das Büro von Professor Black ein. Da stibitzen wir dann auch gleich alles, was wir tragen können. Und dann, äh, gucken wir mal, wie schwierig diese Aufgabe wird. Ich kann einmal hier kurz reingucken. Aufträge. Benötigt Stufe 23. Also, nicht ohne. Wir sind schon fast 26, aber. Ja gut. Passt. Gut, aber dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst gerne einen Kommentar da. Und dann bis zum nächsten Mal.